Ja, Klaus-Rainer Jackisch in Frankfurt, Sie waren bei der Pressekonferenz heute Nachmittag dabei. Wie genau können Sie das für uns nochmal zusammenfassen? Wurde denn dieser Schritt heute begründet? Ja, Fakt ist einfach, dass die Inflation weiterhin zu hoch ist. Sie ist zwar deutlich gesunken im Vergleich zu den Höchstständen, die wir vor etwa einem Jahr gesehen haben. Da lag die Inflationsrate im Euroraum ja bei weit über 10 Prozent. Aktuell liegt sie im Euroraum bei 2,9 Prozent, in Deutschland etwas höher, nach hiesiger Berechnungsweise bei 3,7 Prozent. Aber sie ist eben nicht da, wo sie sein soll. Sie soll eigentlich bei 2 Prozent sein. Das ist ja das Inflationsziel, das die Europäische Zentralbank anstrebt. Und gerade dieser letzte Schritt, diese letzte Meile, wie man es immer nennt, die ist eben auch die schwierigste bei der Inflationsbekämpfung. Da zeigt sich die Inflation insgesamt sehr hartnäckig. Die Teuerung ist sogar im Dezember leicht gestiegen. In Deutschland sogar etwas stärker gestiegen. Man muss auch davon ausgehen, dass sie im Januar noch einmal anzieht. Und dementsprechend gibt es im Moment keinen Grund, diese doch recht restriktive Geldpolitik, die die Europäische Zentralbank ja seit einiger Zeit betreibt, um die Inflation nach unten zu drücken, im Moment zu lockern. Und das ist eben der Grund, warum man die Leitzinssätze heute nicht gesenkt hat. Und man davon ausgehen muss, dass es auch eine ganze Zeit dauern wird, bis es tatsächlich zu einer Senkung kommt. Ja, vielleicht wagen wir trotzdem mal einen kleinen Ausblick. Was denken Sie denn, was erwarten die Experten, die Analysten? Wann könnte es denn eventuell eine Senkung geben? Also die EZB-Präsidentin selber hat ja vor einigen Tagen in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum angedeutet, dass es möglicherweise im Sommer auf der Sitzung im Juni der Fall sein könnte. Dann wird es auch neue Inflationsdaten geben, die die EZB jedes Quartal neu erhebt. Und das könnte dann eben dazu sein, eine Situation eingetreten sein, dass eben möglicherweise diese Leitzinssenkungen möglich sind. Sie hat zwar nicht völlig ausgeschlossen, dass es auch vorher schon der Fall sein könnte, aber die Spekulationen, die es insbesondere an den Finanzmärkten in den letzten Wochen gegeben hat, dass also jetzt bereits in der nächsten Zeit es zu Zinssenkungen kommt, die hat sie eigentlich im Wesentlichen kategorisch ausgeschlossen. Und das gibt ja auch tatsächlich die Datenlage nicht her. Die Inflation ist einfach zu hartnäckig. Die EZB kann, jedenfalls dann, wenn sie glaubwürdig sein will, im Moment die Zinsen nicht senken, auch wenn sie tatsächlich der Wirtschaft nicht besonders gut tun, weil der Zinssatz tatsächlich relativ hoch ist. Also eine Zinssenkung, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wird voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte dann kommen. Es kann allerdings auch sein, die EZB-Präsidentin hat ja gerade auch in dem Statement, was wir gehört haben, auf die Risiken hingewiesen, die natürlich überall in der Welt im Moment da sind, dass die Inflation sich weiter hartnäckig hält. Und es gibt einen Notenbankmitglied, ein Mitglied des EZB-Rates, das ist der österreichische Notenbank, Präsident Holzmann. Da ist auch die Inflation sehr hoch in Österreich. Der hat bereits gesagt, es gibt keine Garantie, dass es in diesem Jahr überhaupt Zinssenkungen gibt. Also im Grunde ist im Wesentlichen alles offen, auch wenn vieles darauf hindeutet, dass die EZB in der zweiten Jahreshälfte lockern wird. Ja, nun fragen sich die Verbraucher, also die ganz normalen Bürger, was bedeutet das denn eigentlich für uns? Ja, das ist richtig, denn Sie merken das ja im Grunde meistens gar nicht, die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn wir in den Supermarkt gehen, hat man im Grunde keinen Eindruck, dass die Inflation deutlich gesunken ist. Im Gegenteil, viele Produkte sind wieder teurer geworden und ziehen in den Preisen wieder an. So ähnlich ist das eigentlich auch an der Tankstelle. Nicht mehr ganz so stark die Preisentwicklung wie vielleicht vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, aber nichtsdestotrotz natürlich deutlich höher, als wir es gewohnt sind. Und sagen wir mal, die gefühlte Inflation oder die, mit der wir jeden Tag in Verbindung stehen oder die wir tatsächlich eben wahrnehmen, da merkt man im Grunde keine große Entwicklung. Und dort, wo sie tatsächlich eintritt, also da sind zum Beispiel Fernseher billiger geworden, Stabmixer oder alle möglichen anderen Elektronikartikel, aber die kauft man ja noch nicht jeden Tag. Also für die Bevölkerung ist eben in der Tat dieser letzte Schritt noch nicht erreicht, dass die Inflation signifikant herunterkommt. Und deshalb ist die EZB eben auch gut beraten, die sich ja immer wieder darstellt als eine Institution, die sehr bürgernah ist, dass sie eben tatsächlich auch ihr Versprechen einhält und die Inflation weiter drückt auf zwei Prozent. Und das kann sie eben im Grunde nur, indem sie die Zinsen weiter eben recht hoch hält. Ja, aber das dürfte ja schwierig werden, diese Teuerungsrate. Das Ziel, wie Sie richtig sagen, von zwei Prozent zu erreichen. Denn heute hat der Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuest, gesagt, Deutschland steckt fest in einer Rezession. Ja, Sie haben völlig recht. Man muss immer wieder sich vor Augen halten, dass es ja tatsächlich sehr viele strukturelle Veränderungen nach der Corona-Krise gegeben hat, die einfach tendenziell die Inflation hochhalten. Ein Faktor ist zum Beispiel, dass die Zusammenarbeit, die Globalisierung in der Welt eben doch einen kräftigen Schlag bekommen hat. Globalisierung hat aber immer dazu geführt, dass Preise gesenkt wurden, weil eine höhere Transparenz, ein höherer Wettbewerb da ist. Das ist also im Grunde auf dem Rückzug und damit erhöhen sich tendenziell die Preise. Ein zweiter Punkt ist der Umbau zur grünen Transformation, die grüne Transformation, der Umbau in eine klimafreundlichere Wirtschaft und Energiepolitik. Die kostet natürlich Geld, das sind Investitionen und diese Investitionen fachen dann natürlich auch die Inflation an. Und ein dritter Punkt, wenn ich den noch sagen darf, sind natürlich weiterhin die Lieferprobleme, die es teilweise gibt, jetzt noch einmal verstärkt durch die Tendenzen und die Probleme im Roten Meer, durch die Angriffe dort der Husi-Rebellen auf die Handelsschifffahrt. All diese Faktoren, die wirken natürlich auch langfristig und deshalb gibt es viele, die sehr kritisch sind und auch sehr skeptisch sind, ob die Inflation überhaupt wieder das 2-Prozent-Ziel erreichen kann. Die EZB hat sich das auf die Fahnen geschrieben, sie will das, aber sie haben völlig recht. Das wird ein sehr, sehr schwieriger und ein sehr steiniger Weg und das wollen insbesondere viele an den Finanzmärkten nicht so richtig sehen. Ja, ich bedanke mich für diese ausführliche Analyse bei Klaus-Reiner Jackisch in Frankfurt.